Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Diesmal TS-37 Aber bestimmt auch andere Leichtponsor Und der ist Den habe ich ja auch noch nicht lang Sieht man ja Aber das machte nichts Mal In der letzten Folge hat man ja gesehen Irgendwie schwere Ponsor zur Zeit Naja Dann lieber was schnelles Aber vielleicht liegt es auch noch dran Das Noch Wo war das? Und noch das ist das Also mal 3 Aber keine Angst Dann halten wir auch Scout Versuch Wenn es auch nicht ganz so gut Oh Ja Und der ist noch ein bisschen weiter Jawohl Das wird gleich Dann bestimmt noch andere Panzerfolgen Auch Leichtponsor Ja Ja Wann mal den Tendbonsor Ja Wir werden nicht mehr Ja Müsste mindestens einer bestimmt sein Wär ein Wunder wenn man nicht Na da ist doch schon ein Und ich kann Aber Er ist eine Äh Kalambe Komm mal hinten drauf wie es heißt Ähm Sechster Sinn Ah Ja. Komm doch drauf. Weiß nicht, ob ich aufgeklärt bin, aber bestimmt nicht. Daher irgendwo einer versucht drauf zu schießen oder nicht. Aber da bin ich nicht. Da wird der hinschießen. Dann machen wir wieder eine Rund davon. Ich kläre gerade irgendwie nix auf. Ja, dann habe ich aber nicht aufgeklärt. Oh. Viel zu viele Bäume. Was? Da haben noch mindestens zwei anderen hochgeschossen. Von wo? Oh. T-71. Oh ja. Nächsten Leichtbanzer. Da ist ja nicht ganz so schlimm, wenn man kaputt geht. Habe ich den jetzt eigentlich nicht voll ausgebaut? Oh ja. Man kann es nicht eine gute Karte sein. Die Höhe ist... Naja. Ich mag die Karte nicht. Ganz besonders für schnellere Bomse. Viel zu viel Hügel. Die Bremse. Los geht's. So. So. Mal toll. Ich weiß schon, wo ich es hinfah. Oder will da jemand anderes hin? Das sieht nicht so aus. Da ist schon ein Felsen, glaube ich. Hä? Hat den Ding abgeprallt? Guck. Wo sind sie hin? Wir haben sie nicht zurückgekratzt. Wir haben sie nicht zurückgekratzt. Okay. Okay. Was hat denn der für einen Tarnbett? So weiter weg ist das hier nicht. Hä? Das war die Ausflüge. Ich weiß auch, was da auf mich geschossen hat. Und noch mal die Autolobby. Die selbe. Boah. Na ja, das ist das Ding. Kann ja auch mir über alles drübe schießen. Dann, nächsten Leichtpanzer. Ähm. Ähm. Welchen? Hm. Den Dings hab ich. Ja, den hab ich drauf. Für den. Den, den, den. Ah. Wie heißt er nochmal? Chevy. Oder? Ja. Chevy heißt er. Das kann was werden. Ich schätze der T49. Macht einen Chaussee. Bin weg. Wenn ich nicht, dann wirklich nicht mehr. Ah, ich werde da oben hinfahren. Auf geht's. Oh, der ist schneller. Ich glaube, der will auch da hoch. Hm. Ach, ich fahr trotzdem noch hoch. Kette beschädigt. Wow. Da hatte ich Glück. Ähm. Hä? Was sind mit den Dings los? Warum sind die schon fünf schick kaputt? Oh, da ist er, der T49. Der fährt sich schon. Oh, der hat nicht mal das gefährliche Schütz. Das ist ja gut. Oh, der geht nicht durch. Was ist das eigentlich für ein Objekt? Kenne ich überhaupt gar nicht. Irgendwie kenne ich jetzt gar nicht. Ach, häng. Na, die Runde ist sowieso voll. Oh, das war nicht. Oh, okay. Back hier. Oh. Fuck. Hey, hey. Ist keiner mehr? Oh, mal schauen. Vielleicht kann ich den in den Rücken voll. Oh, da ist ja ein Turm. Oh, da ist ja ein Turm. Verstecken. Oh, net. Jetzt habe ich ein Problem. Kann ich nicht mehr zurück? Ich kann nicht mehr vor. Da ist ja ein Turm. Oh, das wird ja. Also, das war jetzt alles. Oh, das wird ja auch. Oh, ich weiß nicht mehr. Oh, das ist ja. Okay, komische Runde. Mal kurz schauen, ob ich da irgendwas drauf bauen kann. Nein, das brauche ich nicht, habe ich schon das Bissere, weiß doch nicht woher. Der Leopard müsste glaube ich mit seinem Schutz gefährlich sein. Na, vielleicht erstmal weiter. Na, ähnlich. Ach toller. Da mal durchfahren. Ähm. Top sind irgendwie alle. Äh. 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 So. War das schon längst zurück geworden? Dann schießt die zu was. Oh voll. So. Vielleicht schauen wir wo ich hin wollte. Oh. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Den habe ich ein bisschen ärger. Oh. Oh. Na gut. Ah gut. Ah. Nicht drehen. Nicht drehen. Wirkungstreffer. Hey. So. Wo ist jetzt der M7 hin? Und dann... Okay... Dann halt noch... Ja, Runde... Hä? Sind... Hier... Irgendwie... Hä? Irgendwann? Nee, mit dem T25... T25 2 will ich mich nicht anlegen. Ist hier so? Oh, oh... Oh, Knaller... Hey... Oh, ne, 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 ne... Nicht durch! Tor blockiert! Oh, da war die Treppe! Weg! Oh, da ist ja noch eine! Los hier! Ach... Alles nur ruhig mal durch! Sonst kann man über so Zeug drüber fahren und dann... bumm! Dagegen fahren! Ach, eine mach ich noch! Mit... keine Ahnung! Ähm... Ähm... Deh! Okay, ich hätte vielleicht auch noch einen nehmen sollen! Das ist nämlich eine Stufe drum! Das ist nämlich eine Stufe drum! Oh, die Kotte! Ich mag die Kannen! In dem doofen Wasser da überall! Oh, das ist doch toll! Hm... Kann ich auch so fahren? Nee! Oder? Nee, das ist geschief! Oh, ich dachte, ich würde mich für den... Unverliehen! Ich denke, das ist golden! Warte, wie viel auskommt! Warte, wie viel auskommt! Hm, das ist dann ein bisschen viel! Oh, die Artillerie ist noch nicht bereit! Oh, da hat er geschossen! Dann kann ich mal raus! Hm... Er ist dann nur noch der eine! Hm... Ouah... Äh... Äh... Gleich hat er ihn immer so... wir haben sie nicht mehr hä? T75 heavy? oh geil wo kommt der da? da irgendwo geil ach der T75 ist schon kaputt wenn wir in der Rapprik kommen wenn wir in der Rapprik kommen naja klar damit danke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss